Mein Name ist Micky Wiesel und das sind meine ermutigenden Geschichten. So hier befinde ich mich an den Wurzeln des Baums des Lebens, hier mit den größten Amethysten Europas, hier ist das Kreuz, hier ist es gut sein, lebendiges Wasser fließt und ich bin dabei und sage, hi, hier will ich sein, hier will ich bleiben, am Fuß des Baums des Lebens und will das Leben genießen. Und das wünsche ich euch allen auch von ganzem Herzen, dass ihr das erleben könnt. Alles Liebe, euer Micky. Die Antwort auf deine Fragen liegt irgendwo da draußen und wird zu seiner Zeit zu dir kommen, wenn sie angekommen ist. Bis dahin bleibe in erwartungsvoller Haltung. Glaube bedeutet für mich, eine Freundschaftsbeziehung mit Gott zu haben. Mein Lebensziel empfinde ich als ein Transportieren dieser guten und frohmachenden Botschaft, dass eine Beziehung zu Gott nicht schwer ist, dass Gott existiert und dass er ihr Freund sein will.